so wo war ich stehen geblieben ach so titan ich brauche welches glaube ich zwar nicht dass du es in der zeit schafft aber vier stück brauche ich bloß sechs sind schon drin also eineinhalb hast du schon ich mache nebenbei noch andere quests ich brauche die tier 1 und die tier 2 ja sowieso noch einiges vorbereitet ja das kommt dann auch weil da fehlt mir noch ein teil jetzt brauche ich ja die dinger auch mal so tier 2 brauche ich das was ich erst raus geschmissen habe und die tier 1 die habe ich im backpack bin mir grad nicht sicher war das denn der aufgabe oder war es keine aufgabe was war eine aufgabe und was nicht hatte mir hier alles für eine flue sieving maschine hingelegt aber ich finde die gerade nicht als christ ich kann das mich hier wieder einlösen ja haben wir doch Nulli-Feier... Das da... Das da... Das da... Das... Ah, jetzt weiß ich nicht für was ich das da drin vorbereitet hatte. Ah, okay... Oder hast du die vielleicht sogar schon gemacht? Aber warum sollte ich das doppelt bauen? Ich habe die Maschine noch nie gesehen vorher. Es war auch nur da, war der Mob-Quascher, da war... Fluid-Seaving-Machine hast du gesagt. Yep. Habe ich die für irgendwas gebraucht? Hier, Fluid-Seaving-Machine. Du brauchst einen Pink-Slime dafür. Genau. Oder habe ich die einfach nur gebaut, weil du sagtest, wir werden sie irgendwann sicherlich verwenden. Hier ist sie doch. Hier unten. Die habe ich gerade aufgestellt dort. Boah, ich... Brauch kein... Boah, Darko, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Mein Kopf ist irgendwie tot heute. Ähm... Tier 2 haben wir jetzt. Jetzt muss ich auf die Tier 3 gehen. Das haben wir hier vorbereitet. Jetzt fehlt mir schon wieder das. Das kann doch nicht wahr sein. Was hält der jetzt schon wieder? Die Connectors. Aber jetzt, äh... Leck mich fett! Er ist fertig! Der normale oder der Void? Der... Ne, der Void-Aumainer steht ja schon längst unten. Auf die 3, okay. Also nur der normale Void-Aumain. Das sind 4. Das sind 4, maximal. 2. Ahem... Das sind Dias. Mh... Alter, ernsthaft. Aber ich kann das Ding schon mal da unten so weit aufbauen, bis es Titanium durch ist. Ähm... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt, um eins dazwischen freilassen. 1, 2, 3... Ja... Einsammeln. 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 Und das muss erst nochmal werden. Wie viel war ich jetzt? Das Skelett verpissst dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und... Die 7. Äh... So... Ich bin gleich wieder da. Jo... Die können erstmal da rein. Wo hab ich jetzt den Zauberstab? Da... Der ist eins zu hoch gebaut. Oh... Ernsthaft? Da hin. So... Zauberstab. Irgendwie... Ich hab die Befürchtung... Ach hier sind die Strukturpanele. Bist du fertig? Irgendwie... Hä? Ah jetzt... Jo... Ich brauch bloß noch... 1, 2, 3... Wirklich die 4 0 modifier. Dann wäre das Ding auch fertig gebaut. Das ist doch eine... Ach man ey. Das ist doch ne... Schmeldung... 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 Energiekabel könnte ich hier ran. oder auch nicht. Ein Energie Cable, haben wir genau noch im Backpack. So, die Speed Upgrades da rein. Ja, noch die Null Modifier, ich könnte das Ding anhauen. Das war zu weit. Hast du eigentlich den anderen jetzt dran gebaut? Da fehlen mir noch die 4 Null Modifier. Ohne die geht nix. Ne, ich mein das Kappel Teil. Achso, ne, noch nicht. Ich brauchte noch dieses Item Leitungsteil. Das hab ich dir gegeben. Ja, ich mach aber nebenbei immer noch die anderen 3 Quests von mir. Okay. Warum ist eigentlich hier oben bei der Kiste vom Ark von das Gold drinne? Ähm, weil ich da Rüstung reingeschmissen hab. Okay. Aber mittlerweile bin ich auch zu faul, so die zusammenzukorfen. Das, 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 das. Das, jo. Ähm. Phantom. Da. Da. Das da. Phantom Placer hab ich. Ich brauch jetzt den Breaker. Dafür brauch ich das. Ich hab eine verkackte Diamant-Pickle. Zu viel hergestellt. Ja. Aber ich hab die scheiß Quest fertig. Und wehe, da kommt jetzt noch was. Ne, ist fertig. Endlich. Und ich krieg einfach nur Lead. Ich hab Uran bekommen. So, ich will die Kackblöcke nie wiedersehen. Verschwinden. Wofür sind die eigentlich da? Keine Ahnung. Hahaha. Ich will die Scheiße noch nie wiedersehen. Ich hab halt wirklich ne scheiß Diamant-Picke zu viel gecraftet. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Äh. Das und das da rein. Das schlaue Büchlein hier raus. Das kommt auch da mit rein. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Das Silikon da. Glas da. Fans ist da. Mobloot da. Essen da. Und Leitung da. Ähm. Es geht jetzt direkt hier rein. Der craftet das zusammen. Oh, cool. Warte mal. Ich glaub, das könnte was für dich sein. Da ist keine Lava drunter. Okay. Ähm. Du hast gesagt, die Maschine braucht auch Strom. Haben wir noch Stromkabel? Boah. Ein paar haben wir noch. Ähm. Der kommt da hin. Der generiert jetzt Strom. Und jetzt schon 20 Kabel. So. Ähm. Ja, doch. Der lutscht das raus. Der lutscht das raus. Oha. Wenn du da ein Kabelstone und ein Firnis reinlegst, kriegst du ein äh, Stone raus. Legst du ein Kabelstone, ein Firnis und einmal Holzbretter rein, kriegst du vier Stonebricks raus. Äh. Okay. Darko. Ja. Ein Kabelstone und vier Crafting Table und du kriegst einen Quadruppel, äh, Compressed Kabelstone raus. Warte. 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 Das teste ich jetzt, seh. Hätte man diese Maschine oder wo? Ja. Ja. Aber irgendwie kann ich da nix reinlegen. Ah. Warte. Warte. Ja. Du musstest da auf Crafting Table auswählen. Hab ich doch. 3x3 Crafting. Da. Haha. Hihihi. Das ist nur Compressed Kabel. Ja, ja. Weil das nicht äh, weiter geht. Achso. Es ist, ah, das ist ein Compressor in sich, Ike. Ja. Geil. Ich dachte jetzt, wenn man die Sachen zusammen craftet irgendwie, macht der gleich das. Schade, schade, schade. Aber ey, das ist doch geil. Es ist geil, aber unnötig, weil wir schon nen Compressor haben. Ja, das ist ja nur ein Crafter. Und das Ding ist wirklich schneller als äh, unser Crafter. Jetzt ist die Frage, ich würde gerne das lilan rausgelutscht bekommen. Ah. Orange disable. Grün disable. Blau disable. Gelb disable. Und lila bleibt. Es wird nur noch das, ähm, Quad Rubble, Crabillstone rausgelutscht. Oh. Jep. Also der craftet jetzt bis zu nem Quad Rubble zusammen. Und das lutscht er dann in den Crafter raus, ums dort weiter zu verarbeiten. Cool. Hätte ich nett gedacht. Dann können wir das hier wieder alles zubauen. Außer vielleicht das hier unten. Das lassen wir mal. So. Cool. Cool. Warum hab ich nen Kondenser im Gepäck? Hab ich den zugeworfen? Ähm, der Compressed XP. Ich dachte, dass das für die Mopper vielleicht was wär. Nicht unbedingt. Okay. Ähm, wir schauen erstmal dort dann mit rein. Das da. Jetzt haben wir ne Silberkiste. Cool. So, nach irgendwas. Ne, warte mal. Titan? Ne, brauch ich nicht. Questbuchtechnisch machen wir jetzt das hier. Und zwar scheiße. Fusionscoil. Fusionscoil. Brauchen wir auf jeden Fall einmal. Dann. Brauchen wir glaube das. Das. Ähm. Das so. Und das. Ähm. Hä? Die hab ich doch gemacht. 15 Stück. Wieso zählt der das nicht hier mit rein? Oh. Muss ich das 16 davon machen oder wie? Äh. 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 Was ist das denn? Neuterium und Tritium. Keine Ahnung. Tritium. 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 Aber hey. Plasma Generator. Und? Das ist die letzte Quest bei mir. Ach so, ja. Fick dich. HV Transformer. Äh. Okay. Das ist noch einfach. Energie. Flow. Habe ich noch zwei Stück. Leck mich am Arsch. Das und das. Ich brauche Tanksten Stil Platten. Ach. Zum Glück haben wir erst zu viel hergestellt. An Tanksten. Ne. Ne. Die mache ich im Compressor oder auch hier drinnen. So. Das Ding. Dann brauche ich einen Generator von Tech Reborn. Das zählt bestimmt wieder unter Deins. Oder? Was? Wie wo? Was? Generator von Tech Reborn. Das könnte mal eine Quest sein. Warum denn? Oder? Ist das eine Quest? Ich brauche... Ne. So eine Quest an sich ist es nicht. Ähm. Ach. Brauchst du den? Da gibt es eine Menge. Den normalen Generator? Oder hat der noch einen Namen davor? Ne. Einfach nur Generator von Tech Reborn. Der braucht einen Silver Gear Basic Circuit Iron Case. Würdest du mir den mal nebenbei mit herstellen? Hm. Weil ich muss da dieses Mittelding Bums Gedenz machen. Silber sieben stück Bin ich belehnt Dann brauche ich dazu isolierte Gold Kable Kabel Ah Scheiße warte mal ich habe da etwas was anderes drin ganz gleich warum war mein schurken in der kiste da unten und er hatte nur jetzt warte ich muss mal ganz kurz in gold machen geht ja ruckzuck so war mein schuriken tat da drin so plattes ausgewählt ist dasselbe wie der schuriken lag vorher auch in dieser anderen kiste drin in der kiste oder aber trotzdem du verlegst das teil gerne einfach mal so ich habe jetzt den hv transformer also den da jetzt brauche ich isolierte hv kabel mache ich aus wie fein euren ingots hatten wir doch hier noch irgendwo welche da oh gott sie mal wat sie 1 und 2 Danke Och, ich brauche Tanks den Stil anstatt Tanks den Platten Oh, Mann Ich brauche Stahl und Tunksten 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Dann geben wir erstmal Quests ab 1, 2, und überall gibt es nur Scheiße Und dann noch das Luna 3 Stück im Resonated Also, Darko, du schmeißt dir immer Haufen Zeug raus, das ist dir bewusst Ich habe nicht mal aufs Sortieren gedrückt Hier lagen so eine komische Flop-Bälle draußen Die habe ich absichtlich rausgebrochen, weil ich Platz brauchte Wow Und es geht wieder nicht weiter Ey, das kotzt mich an So viel sagen, es wird nicht besser, es wird nur schlimmer Mann, wieso machst du das, ey, du Kack-Ding Ich verstehe das einfach nicht Von welcher Maschine redest du überhaupt gerade? Immer noch von dem Resonator und dem Manual-Mill Es ist Nacht Das kann man auch in der Nacht machen Ja, weil du ja die Solarzellen angeschlossen hast Das ist nur, damit mehr Dings da ist So, jetzt ist Tag, geht's jetzt? Nein, der stellt mir die Kacke immer noch nicht her Der braucht 16 GP und hat aber 16 GP Aber der nimmt die nicht Der kommt von 4,8 nicht weiter hoch Was soll das? Hä? War der? Ja, der geht Jetzt macht er Jetzt hört er auf Bei 4,8 Ja Weil dieser Power Grid einfach nicht weiter Power generiert Das kann doch nicht wahr sein Ich habe die Mod noch nie gemacht Ja, freu dich, bei Waterworld kommt die auch wieder dran Und wenn wir das zu uns machen auch Ich verstehe die Scheiße einfach nicht, ey Das kann dann aber wahr sein Ich probiere das jetzt nochmal hier drin Ne Macht der auch nicht Äh Ja, nicht mal die Energiekabel verbinden sich Hä, wie soll ich denn das sonst herstellen? Bitte schön Das kann ich nur da drin herstellen Warte mal Wenn ich das jetzt hier hin mache Der hört bei 18,02 auf Der müsste normalerweise wieder auf 0 springen Damit das hier weiter hergestellt wird Boah, ich hasse das, ey Ja, damit brauche ich gar nicht erst anfangen Denn dafür brauche ich auch diese ganzen Sachen Ähm, wo haben wir sie denn Power overloaded, kann ich nicht herstellen Schön Wenn ich jetzt aber die Goldplatten da reinlege Der startet immer bei 13, noch was Ich verstehe das nicht Ich bin raus, ich kenn die immer zu wenig Nur power use, power generiert 15 Das wird zu blöde grad Hier, ich brauche ein Ähm, hier, ich brauche ein Ähm, hier 16 K Kulantzellen das ist doch jetzt ein schlechter scherz da 360er helium kulant zellen dafür sind diese komischen zellen die man aus diesen sachen kriegt für dieses extra utility kack ich mache die quest nicht welche macht sie überhaupt gerade ich betätige mich jetzt am markum fließer um tanks zu herzustellen für die letzte quest aus meiner quest drei